Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Kollegen, guten Abend, liebe Schlagerfreunde. Ein lieber Gruß aus Berlin von Radio Paloma, mein Name ist Eki Göppelt und auch ich darf heute eine kleine Ladartio halten. Als ich das erste Mal von diesen vier jungen Musikern hörte, dachte ich, mein Gott, schon wieder eine gecastete Band. Aber als ich sie dann das erste Mal sah, live auf der Bühne, live im Fernsehen, aber vor allen Dingen bei uns im Studio von Radio Paloma, da war mir völlig klar, ihr Herz gehört in erster Linie der Musik. Und deshalb geht an dieser Stelle der Smargo Award heute an vier muntere Herren. Also applaudieren wir bitte vierfach für die vier Cappuccinos.